Schenke Leben. Spende Blut. Beim Roten Kreuz. Blutspenden ist so wichtig. Vor allem, wenn wir uns überlegen, dass alle sieben Sekunden in Deutschland eine Blutkonserve benötigt wird. Und wenn wir uns dann vor Augen führen, dass wir mit unserer Blutspende bis zu drei Leben retten können, spätestens dann ist klar, dass wir alle Blutspenden sollten. Und wir tun nicht nur etwas für unsere Mitmenschen, sondern auch für unsere eigene Gesundheit. Denn beim Blutspenden wird auch gleich geguckt, ob man selbst gesund ist. Deshalb bitte gehen Sie Blutspenden. Weitere Infos zu den Terminen unter www.blutspende-leben.de Schenke Leben. Spende Blut. Beim Roten Kreuz.